hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom eras total conquest mod let's play zu medieval 2 genau und sehr schwer zum aussprechen aber wir sind jetzt hier gerade vor dem krieg mit den oströmen werden sicher uns dann angreifen außer wir lassen uns noch die guten beziehungen haben und hier ist auch ein schihad von den mauren mauren sind wahrscheinlich irgendwo könnten in spanien oder hier unten sein aber hier unten sehen wir kein anderes volk außer hier aber das war ja auch ein kreuzzug immer gespannt wo die mauren liegen also wir haben wir kroatien genau jetzt mit einem kreuzzug und vier truppen hier und imperialen armeen machen die einfach mit weil kreuzzüge züge waren ja mit mehreren ländern immer zusammen sind sie gereist jo also dann ja machen wir nächsten paar äh nächste runde wenn ich genau so was machen jetzt die mauren jetzt kommen sie sie gehen wieder nach oben und jetzt sind sie wieder unten okay sie haben jetzt noch nichts gemacht scheinbar und die türken wollen hier auch die die werden verlieren die türken so die haben kreuzzug mitgemacht haben wie kann ich denn im kreuzzug mitmachen ok die türken haben wieder sich vergrößert und seyyuk sultan ist tot ok der gibtische sultan werde ich also ich möchte mal hier schauen ich möchte ja die kaufmänner besiegen also der kaufmann hier das ist ja unser und einer ist dann wieder weggegangen zu dienst wie gut ist der da hat drei dann so kaufmann ist nicht so gut geschützt aber ja nichts machen so ok jetzt haben wieder ein paar rote stellen gut die zahlen ja ok ok geht meister von den dieben ok cool ok aber die sind noch nicht so alt also sind schon alt der hier hat schon zehn jahre aber einfach schauen dass ich die dann wieder setzte also ich wünsche euch frieden und verstand edler herr schlimm wird hier haben wir keine truppen wir haben nur noch hier oben wir haben jetzt momentan weniger wie ihr wünscht sultan gemacht wie ihr wünscht sultan weniger zu laufen so jetzt müssen wir raten wie ihr wünscht sultan jetzt der weg weiter wie ihr wünscht sultan das sind auch die kippkack die sind ja mega gross ok von denen habe ich ein bisschen angst so weiter den weg folgen immer den weg nach rom den einzigen weg nach rom weil alle ihre gefühlen nach rom so ähm nein ich will nicht nach rom kommen so genau hier ist ein priester ok können wir noch ein nein wir können also sie nicht mehr machen die nerven langsam gehen ich lebe um zu dienen sultan ok glaube ich habe alles der bay 24 bombe können wir so also bin mal gespannt wie es so läuft wenn wir kregen wie ostry machen oder wie den krippjag oh nein die türken haben wir wieder verloren so jetzt greif an greif an diese KI schon wieder oh da haben sie sogar zwei krass ja was machen eigentlich die ägypter die machen gar nichts mehr die haben so viel bedrängnis mit dem kreuzzug ich dachte ich werde angegriffen aber ich bin doch keine bedrohnis für die ägypter ok ist er gestorben im kampf und er ist sicher mit kampf gestorben so also hier haben wir keine einzig das keine der kunme das ist ja nur der kreuzzug der gezeigt wird oh und ein moorischer mhm jetzt muss ich gerade ein bisschen schauen wo meine truppen sind hier habe ich doch einen haha ich sehe ihn so ich möchte gerne mit den moorischen mal kurz diskutieren komm wir machen eine allianz generos ok ja und mit denen schützt mich ein bisschen so also jetzt haben wir alles grün so schnell kann es gehen ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen hier oben sein wie ihr wünscht sultan na wie ihr wünscht sultan weil wir jetzt die neuen sachen haben also weil wir hier richtig schlecht sind in der region zuerst das und dann den hafen und hier haben wir den hafen jetzt also boote machen eine dough ok und hier müssten wir auch eigentlich ja ok plus 16 ist schon gut aber wir müssen unbedingt uns ein bisschen religiös verstärken also ja die sachen sind ja in der Hauptstadt genau ähm jetzt frage ich mich auch noch kurz ja ich speichere mal kurz ja ich speichere mal kurz Autosafen geht glaube ich mit der F5 so zuerst mal gucken aus dem Schatten heraus werde ich alles beobachten und dann eigentlich 83% fragen wir es einfach ich glaube das ist auch das gleiche Video es hat geklappt ok es hat geklappt ok bin ich froh dass 83% noch klapper ist sehr schön sehr schön und damit hat er wieder Traits bekommen ist wieder besser geworden ok den Bion scheinbar auch plus 4 jetzt momentan ist er okay sehr gut also dann wären wir hier ah nein wir wären noch nicht fertig der römische Priester ist ja noch meine Augen zählt eurer Segenswünsche nicht eurer Feinde Herr und ähm hier auch nein das ist ein Diplomat das ist jetzt nicht so schnell es ist nicht so wichtig so ja man muss halt schon ein bisschen heimtückisch und ja gut spielen halt das ist schon ein bisschen schwieriger wie ihr wünscht zum Beispiel das Hauptschwieger ist ganz klar so also die Russen aber wo ist jetzt Kiva Russ ganz ganz im Osten hier raste ich Sultan hier raste ich Sultan hier raste ich Sultan wir haben wieder was ist ja nicht mehr so schwer ich denke ich mach die Diplomaten sonst am Anfang die das ist ja die Fehlschlag-Dinger nicht so wichtig was hat jetzt der Priester hier so lange gemacht hm sich beschützt sich schützen lassen Ungarn Ungarn ich finde die irgendwie cool oh die Schottenhahn wahrscheinlich von äh Irland glaube ich haben sie Krieg gemacht ok bin ich mal gespannt wie viel hat Irland ok der ist zwar auch nicht gerade so hey die haben immer die gleichen die haben immer die gleichen Probleme Loyalität ist auch runter ne kriegst du nicht über der Schlicht haha ok es ist dann bald diese Stadt auch so also zuerst einmal möchte ich gerne wissen wo dann die Stadt ist wie ihr wünscht Sultan nah hier könnten klein sein also könnten kleiner sein als am Anfang und dann habe ich ja noch hier oben gehen wir mal hier rüber oh Aleppo ist wieder türkisch wie ihr wünscht wie ihr wünscht Sultan und all das dann nicht nah hier raste ich Sultan ok also ok ok gut yes ein Merchant ähm das ist ganz im Süden ja das ist in Cheta das ist Mitte Südwest naja hier haben wir minus 12 zuerst mal ne noch ja wir haben noch keine Möglichkeit gehabt also in Cheta unbedingt auch religiös ok Norwegen und Jolan verbündet ok oh hier wird es langsam ein bisschen problematisch also eben deshalb habe ich ja die Mauer auch gemacht weil die Unruhen sonst zu groß werden ja ich könnte mal ein bisschen ausreden hier und dann die Truppen mit dem einen runde schicken so jetzt müssen wir die wieder speichern also zuerst das Spiel oben gut dann gehst du schon mal runter also wir müssen nicht hier runter wir müssen rüber eher und du nicht in die Stadt hallo wie heißt der Ungläubige ist die Stadt oder ist das hier ja ist das hier ok es ist der Wille des Sultans ich lebe um zu dienen Sultan ja also der macht sich mega gut so also in Karak ich werde keine spüren ich werde keine spüren wie heißt der Ungläubige können wir den Priester hier auch töten ich bin hier zum predigen nicht zum verhandeln ich bin dich um dich zu erledigen ich bin nicht hier um zu verhandeln sondern um zu predigen der ist ein bisschen zu stark scheinbar solange du uns in Ruhe lässt ja ist das nicht so schlimm ja mein Meister ja wir müssen hier hoch Mist es ist der Wille des Sultans ich lebe um zu dienen Sultan ich glaube die wollen Revolten machen meine Augen sind die wie heißt der Ungläubige es ist der Wille des Sultans ok wir sind schnell da oben so also dann haben wir hier ein Messer bohohohohohoho mega ja ja ein Genie beim Handeln hm krass ok da hat er weniger Personal aus der Kröti ähm ich möchte schauen was da oben geht mhm gehen wir nochmal eine runter gehen wir mal hier durch hier raste ich Sultans hier raste ich Sultans hier raste ich Sultans Dankeschön so also hier haben wir auch gemacht ja mein Meister weiter geht's da oben haben wir die Grenze aber das ist eben nur Russland hm hm keine Ahnung wo Kiewerlos sein könnte unten am schwarzen Meer am schwarzen Meer aber das könnte Goetheklon oder so sein vielleicht ist dort noch eine Stadt gut saida mächtiger Sultans wie ihr wünscht Sultans ok hier ist ein bisschen schwieriger jetzt wie ihr wünscht Sultans wie ihr wünscht Sultans wie ihr wünscht Sultans ok hier oben muss irgendwo eine Stadt sein hier raste ich Sultans so ein Schihad scheinbar ähm ich möchte noch kurz den den Diplomaten wie ihr wünscht Sultans ja Aruwavisit ist noch dann gehen wir mal dorthin und jetzt müssen wir die noch erwägen ok jetzt sind so wieder was auseinander also diese römische Piste muss ich abdecken abdecken ich sehe was in den anderen ja der muss weg so also cool ok den Mauern gehört auch das wir haben jetzt zwei entfernte Städte cool durch Kreuzzwigel durch Kreuzzwigel immer noch alles grün auch wenn wir ausbilden Najim Ad-Din and Dole ok und auch ein Tracking Dog für diesen hier das ist der zweite von ja cool hier eben die Ausbildungen jetzt ist es wieder gelb das ist super einfach ausbilden wir da die Bewohner Probleme machen wegen Überfüllung gut also da haben wir schon mal ein Schiff aber dort sind ja sie würden das Schiff wahrscheinlich bald verlieren wenn wir es nur eine Runde sind sowieso Rebellen also die werden uns vielleicht nicht angreifen ja doch die werden schon mal da und Polen ist mit Cordoba mit den Spanien eh wieso mit den südspanischen Islamesen glaube ich jo im Krug gut wir haben nichts mehr was wir bauen könnten aber ja ja ist ja nicht so richtig gerne gut gut so jetzt kommen die Rebellen jetzt werde ich wahrscheinlich angegriffen nein ich wusste irgendwie ich wusste irgendwie dass die Rebellen auch so eine Art Motivations das den haben sonst werden die Spiele eigentlich immer wieder angegriffen ok ok komisch das haben sie uns auch nicht so gesehen ja 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 wie ihr wünscht ja wie ihr wünscht sultan nam wie ihr wünscht sultan Hier, hier, nein, das sind dann die, das sind die, okay, keine Ahnung, wie groß sein soll, so, und nochmals ein Familienmember, cool, so, ich hoffe, dass diese Frau, diese Prinzessin noch einen Prinzen bekommt jetzt, der besser ist, so, ähm, ja, wir müssen sofort, Wir haben hier ein Imam, aber ein, dazu wäre nicht schlecht, ein anderes, eine andere Stadt, ähm, genau, hier wird es wahrscheinlich jetzt auch, so, es sind bloß zwei, ja, super, Hilka, Aila, okay, ähm, ja, wir müssen unbedingt wachsen lassen, So, und weil die Boote sich hier aufteilen, also nicht zusammen machen können, ähm, lassen wir es hier mit dem Bauern, genau, und hier ist der, genau, äh, der Baumhof, sozusagen, also, Nein, das ist Aila-Ist-Ding, aber Ich will jetzt hier weggehen Haben wir das jetzt geschafft, genau Ähm, wo ist die Quest, okay Wir haben es noch nicht geschafft Okay Weiß nicht, wie lange man dort Äh, Dinge Also, Norwegen mit Dulkja Schweden Es ist, äh, Dulkja Dulkja Die, so ist Kripuk mit Schweden jetzt alliert Hm Ist Schweden nicht im Ja, mein Meister Nah Ja, im Katholismus Ja, vielleicht können sie es einfach machen, weil sie jetzt momentan Nicht mehr Größt zu gehören Also Mosul gehört denen Ich könnte mit denen echt Krieg anfangen, langsam Ja Ja, ich, ich muss, muss planen Einfach Bleib mal hier Mhm Okay, alles gut Die Beziehungen werden besser Also, ich möchte gerne mal kurz schauen, wo die sind Orthodox Wo sind die Gelben Rumänien vielleicht Sind alliiert aber mit den Römen Könnte aber auch Bulgarien oder so sein Ist gleich Bulgarien, stimmt Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo die anderen sind Sind das die Okay, die Franzosen sind alliiert mit den Ja Haben einfach eine andere Farbe Jo, äh, nochmal kurz schauen Ah, nein, ich darf da schauen Das ist jetzt dieses Hier Das sind nicht viel besser, aber haben viel mehr Ländereien Äh, ich mach's falsch Ich will die haben Die haben, die will ich nicht haben Wo ist der Gelb Äh, das Der Grüne Hä Ich will hier schauen Finanzen sind wir am besten gerade Hier Sie haben nur ein bisschen Sie haben Zehn Oder so Und wir haben sieben Ja, wir werden sie angreifen Wir werden sie ein bisschen stören Also soll ich jetzt den hier Und hier ist der Einfluss noch nicht so groß Wir haben hier einen Priester Da oben haben wir keinen Priester Deshalb So, in der nächsten Runde bist du dran Ja, wir sollten sie jetzt so langsam wirklich angreifen dort Wie bekommen wir Also hier müssen wir bleiben 13 Der ist 13-Jährig Ich muss eigentlich Den hier Ein bisschen mit Druck nach oben bringen Weil Ägypten greift wahrscheinlich jetzt mal nicht so gut an Oh Gott So ein Mist Ich tue mal ein neues Safe Speichern Sonst können wir das So Nicht so gut, wie die gut machen Also Die Gieste kommt noch Wir sind eigentlich fertig Wieso gehen die immer den Wegen entlang? Also schon klar, dass es schneller ist Aber so eine mega Ecke machen Ist doch langsam Ich frage mich immer, wer die die Spiele Und wieso sie die Spiele so gemacht haben Das hat auf meinen Ländereien Hallo Geht wieder weg Dafür gibt's Krieg Geh lieber weg Ich habe gerade gedacht, dass da der Imam Das der Imam Ding Rechts umgebracht wurde Von einem Ding Aber hat sich nur irgendwie so gebrückt Das ist ein bisschen komisch Geknickt Eine Ende von der Dynastie Die ägyptischen Ding haben Okay, sie haben irgendwie Selber Den König umgebracht Oder so Ja, sie haben selektet Also sie haben irgendwie Ja Gut In Medina Die Theologian Die Theologen geht Heilige Texte und so Und das in Medina Bedina war Da Ich möchte gerne eine religiöse Geh daheim So Religiöse Conversion Bonus plus 1% Gut So Finanzen gehen natürlich runter Ist klar Ähm Ja Wir haben's geschafft Und dann haben wir nichts Aber gehen wir wieder weg Ich könnte das Boot eigentlich auch Wir haben Handel mit dem Hä Ist hier unten Ist da der Ägypten Wie können wir Handel mit denen haben Wenn wir im Krieg sind Komisch So zwei Upgrades Das ist wunderbar Oh sieht die Stadt jetzt geil aus Mit dem Ja So langsam müssen wir Oh hier müssen wir auch noch das machen Das hilft schon Das zu machen Ballista Tauer sind natürlich sehr stark Meisterdiebe Spion Assassinen Ja das lohnt sich mehr Jetzt machen wir dann Nochmals Assassinen Geh da zu machen So Und jetzt müssen wir Dann gleich noch Genau Der Imam war hier Der Imam geht Oh nein Der Merchant Ich bin Diener Das ist Er hat noch einen Merchant gemacht Stimmt Der geht hier hin Und der Merchant geht schon mal Ich lasse den mal noch unten Da können wir nicht Irgendwie an die Fischstätte Ja hier Bringe neuen Handel ins Land Sultan So Also Dann haben wir noch Krieg Frankreich gegen Irland Also Irland gegen Frankreich Schweden ist mit Duika Die machen jetzt viele Allianzen Und hier haben wir Den Abkommen Also Waffenstillstand Gut Es freut mich ein bisschen Dass die gerade Waffenstillstand haben Ja das kann sein Dass sie die Truppen Jetzt Richtung Ostrom Anwenden Meine Güte Hey Diese Spionen Können nichts Jetzt habe ich es gewagt Ohne etwas zu machen Ist doch geil 77% Irgendwie haben die Ein Megaschutz Ja So ein Megaschutz Ich glaube die wurden Im Liebe gebaut Diese dummen Weißt du wenn sie schon So überstark sind Ostrom Die waren bis Bis 15. Jahrhundert Sind die Megastark Dann sollten sie wenigstens Auch ein bisschen Genervt werden Auf einer Seite Scheinbar Okay er hat einfach Ja Scheinbar geht das einfach nicht Weil die Priester so mega Gut sind Durch diese Ja weil sie halt alle Alle Cities bereisen Und dort So viel Religion Okay es geht glaube ich nicht Ja ja Aber dass man Immer wieder Einfach die Spione Bindet Für die Spione Nicht Spione Ich lebe um zu dienen Sultan Ich könnte eigentlich Die Armee Wie heißt der Ungläubige Wie Ja Okay So langsam machen wir Krieg Dann greifen wir Im nächsten Und der Riese An Es ist Menschen Ah ja Ein Spion Es ist einfach Mega das Glücksspiel Bei 95% Um Für 45% Also wir greifen Mosul an Wir brauchen diese Stadt Im nächsten Part Vielleicht schon Ja ja denke ich schon Und hier haben wir auch nochmals Wir brauchen ja Gede Da haben wir zwei Geden Hier in der Stadt Keine Und Wo haben wir denn noch eine Stadt Mit Keine Bauvorhaben Hm Keine Also Haben wir hier noch Etwas zu lassen Hier ist wirklich nichts Nur eine Mine Ah hier ist noch Nicht Cesaria Okay cool Gehen wir nach rechts Nein nicht nach links Ah hier geht es nicht Durch Ich kann dort nicht So Hier raste ich Sultan Und hier ist Äh Russen Wie ihr wünscht Sultan Die gegen Kiewer Russen Wo ist die Stadt Ist das Moskau Hier Na Moskau Ist weiter Doch Moskau Ist die Hier oben Wenn es überhaupt Gibt Schon Ich bin kein Diener Eurer Feinde Herr Zu Dienst Du bist bald Bald Okay Ja ist sehr spannend Und sehr cool Das Spiel Ich freue mich riesig Weiter zu spielen Im nächsten Tag Und Ja Vielleicht habt ihr auch Lust Zuzuschauen Tschüss Zusammen